was mache ich hier eigentlich bin ich kernbehindert man überhaupt bis gleich gesagt bis gleich ich lasse das so drinnen ja so und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu gta online custom maps wir spielen heute wieder einfach custom maps und zwar heute ein spiral flip irgendwie so unter der map deswegen müssen wir jetzt erstmal rückwärts nach da hinten ist der punkt sogar ich sollte noch vielleicht darauf achten ja wir spielen heute einfach mal gucken du gott holy shit war dazu und wie groß ist die sie für s3 man ja man ich bin glücklich ich bin profi junge mega krass man aber ich überlege ob ich mir die facecam dahin bauen soll dass sie mich von der seite aussieht weil das denke ich mal sehe sogar ein bisschen besser aus als wenn ich jetzt direkt in der kamera so rein starten würde weil dann würde ich jetzt sozusagen so spielen dass ich denn zur seite gucken das wäre denke ich mal ein bisschen klüger sehen bisschen cooler aus wäre auf jeden fall mal eine idee können wir mal im nächsten video gucken ob es so besser wäre ob es so schlechter wäre ich mache mal ein video damit und dann könnt ihr mir eure meinungen da lassen in den kommentaren wäre auf jeden fall cool von euch ach ja ihr fragt euch sicherlich hat er gestern clickbait video hochgeladen weil er gesagt hat keine videos nein es war eigentlich genauso geplant wie es im video gesagt habe dass meine dass ich zu meiner freundin gehe und so jedoch ist es anders gekommen und weil wegen der seminararbeit und so was ich erklärt habe wenn das noch nicht gesehen habt dann schaut mal gerne vorbei bei dem video das unten in der beschreibung verlinkt und ist jedenfalls so gewesen dass es auf jeden fall verschoben wurde weil der kumpel denn irgendwie anders zeit hatte als ich zeit habe deswegen habe ich das alles irgendwie ein bisschen anders umgepolt und daher habe ich jetzt die zeit videos aufzunehmen bisschen fort zu produzieren sozusagen dass ich dann mal da die kamera gleich hin packt beim nächsten video und dann ja also ich hoffe euch gefällt es wir sehen uns gleich bei der zweiten map so das sind wir auch schon wieder bei der zweiten map angelangt ist auch schon wieder eine underwall äh under map äh bei mount gili hat man sieht man auf jeden fall sehr gut die bäume die da rumfliegen und die ganzen einzelnen teile sieht auf jeden fall auch mal sehr 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 interessant aus und das ist auf jeden fall ein schöner ding hier unter der karte interessant auf jeden fall ach drei runden eingestellt auf facet das war glaube ich ein fehlermann auf ein neues nein 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 nicht musik danke so weiter junger da muss ich ja richtig lenken dazu hat er muss lenken ich muss mir das mal echt angewöhnen so jetzt kommt die musik jetzt so jetzt hat die musik die unterstützt mich jetzt richtig ich schaffe noch nicht mal die erste umdrehung und wir sind schon bei 40 sekunden es geht gar nicht wie sich immer wieder das radio umstädte so nervt das sieht nach einen run aus sagt man scheiße das war nicht so gut ich weiß nicht wo ich hingeguckt habe gerade irgendwie auf mein mikrofon aber irgendwie weiß ich nicht komplett brain of karen ich darf hier nicht so rumschreien meine eltern schlafen die man jetzt höre ich schon wieder hier so platz eigentlich über die es von scheibe weg radio nach ist ein bisschen nervtöten gerade aber sonst geht es mir eigentlich noch gut wir haben es alter sogar richtig aus dem ab raus springen wie gelesen das bitte bremsen sonst werde ich jetzt richtig raus geschossen hier das wollen wir natürlich nicht perfekt ich dachte eben schon der punkt ist wieder unter die karte aber ist ja gott sagen nicht so auch wie ich es lieber mit dem t20 offroad zu fahren ist ja gar nicht rutschig oder so nene aber gerade geht es noch hier hoch ja muss ich hier wieder respawn ja ich will wieder ich will wieder er drückt zum respawn mega gut von mir muss ich ehrlich zu sagen so der erste runde haben wir geschafft mal gucken wie schnell wir die zwei nächsten runden schaffen also ich denke mal das wurde jetzt relativ einfach nachdem wir den dreh raus haben aber gott musik junge wie sich das immer wieder umstellt richtig schlimm ich krieg es aber auch nicht gebacken mann wir hätten sogar weiterfahren können ich sag dazu nichts nene ich lass es mal lieber wie sie second train man sagt kein treuer teils wer sagt dass ich ging bin alle von euch ich weiß ich weiß ich weiß alter mein traum wäre es aber wirklich so eine riesige also so eine echt große community zu haben die einen unterstützt mit denen man einfach mal live stream kann und wirklich einfach mal zu wissen wie es einfach mal sage ich jetzt mal 10.000 klicks pro videos machen das wäre einfach mal wirklich so ein lebenstraum dem ich habe einfach wirklich mal das wäre so geil mal zu wissen wie es einfach nur ist einfach nur wissen wie es ist ich will nicht mal irgendwie so lange damit leben oder so einfach nur wissen wie es ist ach so hier muss man auch noch einen punkt einsammeln okay alles klar wusste ich auch nicht ich habe den punkt auch nicht gesehen aber das ist ja extra so gemacht denn so da sind wir wieder dritte runde fängt an und wir machen dann danach noch mal eine map die wird dann aber ein bisschen länger dauern weil es keine ach man kamera keine ahne map ist also keine unter der karte map so immer weiter geht der channel mega so nein nein ein stück war zu weit rechts links ich kann ich kann nicht mehr gucken ich weiß nicht wo links und rechts sehe auch nicht schlecht ich verstehe aber auch nicht was das für ein bug ist dass das radio sich immer wieder resetten muss wie das second try ich habe nicht mitgezählt ist schwer ich weiß weder was und ich explodiere auch noch ich krieg hier gleich die zu viel ich krieg hätte gleich die krise dachte wenigsten lassen punkt man das ist also muss man hier so durch wie eben jetzt okay dann halt so man sorry alter dem model spiel mann naja eigentlich ist ja bloß die karte ist nicht mal das spiel aber ist okay so ja perfekt und ihr fragt euch warum ich so eine scheiß belichtung ab ne also was heißt scheiß belichtung ist eigentlich okay aber es ist schon eigentlich knapp null uhr und man meinen hals ne er bereitet mir sorgen der ist schon ein bisschen abgefuckt der hals habe ich den punkt jetzt eingesammelt mir jetzt erst und der ist schon so ein bisschen abgefuckt hat und ja wir haben schon fast nur uhr und das ist nicht so pralle so wir sehen uns gleich bei der nächsten map und das wird keine andere map was mache ich hier eigentlich bin ich kernbehindert man überhaupt bis gleich gesagt oh gott bis gleich ich lass das so drinnen ja so da sind wir auch schon in der dritten map ja mal gucken wie diese wird so auf jeden fall ganz interessant aus aber mal schauen halt na das kann interessant werden das kann nicht interessant werden sah aber auf jeden fall richtig smooth aus dem ding zeigt richtig nah ran gesungen läuft bei mir dann halt weiter raus zum perfekt und eins von zwei zwei runden reichen ja wohl oder das müsste erreichen bei den drei maps die war dann hatten weil drei maps waren ja schon eigentlich ganz ordentlich also das haben wir gut geschafft hier sind wir echt gut durchgekommen das muss ich bloß gucken ich richte irgendwie immer mein mikrofon immer wieder anders ein wenn ich jetzt zum beispiel nicht aufnehme dann ziehe ich das einfach sozusagen mit dem mikrofon abend hoch aber irgendwie weiß ich nicht irgendwie ist es immer wieder anders von der qualität her aber hier überspringen nice den baum damit erwischen und hier vorbeifahren ranne ich bin profi ich schaffe das locker daran vorbeizufahren oder wenn ich jetzt irgendwie ein anderes auto hätte was wirklich groß wäre dann wäre ja ein bisschen eklig war dann mal wenn ich tab drücke ne wenn ich wie waren es dieses verzeugten drücken alt wir waren das y ne ja y da steht es ok kontrollpunkt 9 von 27 muss ich mir merken dass y war musste aber irgendwie ne 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 v ist falsch das wollte ich nicht war das c zurückgucken genau war das b b dann müsste ich das mal auf b vielleicht legen weil es ein bisschen besser ist weil y ist ein bisschen schwer zu erreichen deswegen kann ich dabei nicht lenken wenn ich jetzt so könnte ich dabei nur denken ok ja dann muss ich das bald mal auf b legen dann können wir uns immer uns immer gucken genau uns mal angucken wie viele checkpoints da genau sind oder so kommt rüber wir machen natürlich stylisch anstatt soll ich jetzt hier respawn ich respawn einfach mal ach warte mal hä ich finde wo soll man denn hier anfahren ach ich bin blind ich bin komplett blind man kamera hallo ach ja toll echo ho 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 alter hat das geile ding das sieht mega fresh aus schon mal kein first try schon mal schade jetzt aber ja mit flip dabei perfekt ach man ich höre schon wieder falsche musik jetzt bin ich schon wegen dem gegen mein mikrofon gekommen bin profi ich sag's euch ich will nicht gas geben danke so dann machen wir das mal nein nicht so danke wir sind doch noch keine zweite runde wieso ach wir springen gerade zurück kann das sein oder bin ich gerade nee wir springen nicht zurück fahren wir zweimal die gleiche runde fängt die musik an ich fühle mich ein bisschen komisch wenn ich ohne musik rede ich sag mal so ich wundere mich gerade wo wir hinfahren ah hi musik na willkommen zurück mein freund hä fahren wir zweimal hier die ding und dort denken sieht auf jeden fall ganz fresh aus sieht auf jeden fall ganz fresh aus das kunstwerk wird er erschaffen hat ja wie schon gesagt ah hier fängt die runde jetzt stimmt hier war 102 ich erinnere mich bin doof wie schon oft gesagt ich bin so eine kleine dover typ so ein kleiner dover 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 typ perfekt dann gucken wir mal 102 an das müsste eigentlich auch easy gehen weil ist ja so gut wie automatisch das ding außer dass ich vielleicht ein bisschen im ballrad link muss das aber nicht viel so diesmal nicht gegen die palme und drüber springen diesmal bin ich der übelste profi jetzt bremsen dass wir nicht zu weit springen nicht checkbein verpassen sehr gut und fahren fast gegen baum ich bin profi ich bin nein ich bin nicht konnte kraft da weil der ja hieß weil der ja hieß ich glaube ich habe ich glaube ich habe es heute nicht mit meinem deutschmann tschüss man dafür muss ein mensch sogar sterben dass sie kein deutsch kann man sendet junge wenn jetzt aber aggro drauf hier seht ihr ich fahre sogar gegen eine wand und jetzt wieder stylisch rüber hier aber auch kleinen rein und auf geht's für zwei ich verspreche euch ich mache es für zwei was sagt ich ich halte meine versprechen ich halte meine versprechen gegenüber euch denn ihr seid wichtig ich bin profi mich kann einfach nichts mehr stoppen nichts ich bin einfach der gott höchstpersönlich mann ich schwörs euch ja da ich bin gott höchstpersönlich mich hält einfach nichts mehr auf könnt ihr mir sagen was er wollt ich glaube es euch eh nicht egal was da kommt oder ich schaff das easy first try mann wirklich erzähl ich glaube ich bin bisschen selbstverliebt gerade aber ich glaube das ist nur spaß ich bin dadurch so sicher aber wie gut wir haben die map auch geschafft wir sehen uns dann beim nächsten video mit der anderen kameraeinstellungen bis dann tschau lasst ein like da falls euch die folge gefallen hat wir sehen uns dann hau da rein